Na, kalt? Mit einem frisch gestochenen Tattoo, das sollte nicht aufweichen. Na gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das hier nicht beachtet wird und unserem Krumpelwolf nichts passiert. Oh, das ist das Beste. Das ist das Beste. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen übersteuert. Also über Finn und, you know, his plan. Es ist eine wirklich dumme Idee. Way zu gefährlich, besonders für Daniel. Ich weiß, Finn machte das nicht so viel, aber das fühlt sich schlecht. Plus, ich will nicht alle, dass ihr in mehr Probleme habt. Ja, sag das zu Daniel. Er wird so schuldig. Er ist dein Bruder. Er wird so schuldig. Er wird so schuldig. Finn will uns, aber er wird so schuldig. Er wird so schuldig. Es geht so. Ich weiß. Aber ich fühle mich schlecht für ihn zu verändern. Er wird so schuldig. Er wird so schuldig. Dann wird so cool. Er will dich. Er will dich. Was bedeutet das? Du bist so schuldig. Natürlich, jetzt hätten wir das andere genommen. Ah, Sean. Das ist sweet. Ich bin flattered. Oder du, du bist aus dieser Liste, wenn du schon schuldigst. Erstmal, habe ich mich. Ja, sicher. Wollte ich gerade sagen? Ja? Ja, das ist cool. Ja, es ist. See? Jetzt, wir rauskommen. Ich glaube, ich habe wieder übersteuert. Das war gerade so gut. Das war gerade so gut. Was ist das für eine Frage? Ja, ich glaube. Dann geh in, Bro. Die natürlich alles nur dem Fortstreiten des Erdreys, ne? Ja? 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 Die sind gut? Ja? 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 Wirklich zu Podde kommt er ja nicht, ne? Ich weiß nicht, es geht nicht, okay? I took a look, it was gone. If living is giving, I'm ready. I'm willing. I took a heart, cause she let me. I took a walk in the dark, I took some time to decide if it was right. I took a walk in the dark, if living is giving. Hey, what's up? Nothing, I just... Never mind. Come on, talk to me. Sorry, I... Sorry it sucked. Sean, this is your first time. I won't give you a bad review online. Promise. That's... Sweet. But you don't have to be like that. Hey, I mean it, Sean. Just take it easy and you'll have time to practice, okay? Okay, we need some fresh air. Let's get dressed. Until we fuck again. The view was great. Yeah. Yeah. Yeah, Sean is, uh... But... We better go now. Figures Daniel is with him. Just... Tell Finn I wanna talk. Thanks much. Later. Oh, Finn will nicht einfach nur reden. Das ist echt scheiße. Das ist echt scheiße von Finn. Aber Finn schlägt ja auch voll in deinem jetzt Helle. Okay. Aber Daniel macht doch einfach mit, obwohl er genau weiß, was wir von der Idee halten. Er war dabei, als das erste Mal drüber gesprochen wurde. Also... Duh! Ja. Ja. Kriegst du nicht mal die Haube auf? Okay. Hier wird ja wohl irgendwas sein, womit wir die Haube aufkriegen oder was. Klebeband brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das hilft uns hier gerade alles nicht weiter. Na, geht nicht auf. Wir haben ja schon mal einen Schraubendreher. Oh, Schlüsselchen! Stand da eben nicht auf dem Schild Office? Warum sollte auf einem Autoschlüssel ein Anhänger mit Office stehen? Ich würde fast sagen, das deklariert ihn als Büroschlüssel. Aber okay. Metallrohre sind immer gut. Ich bin kurz, aber im Fall des Falles kann es trotzdem helfen. So. Rattengift. Na, gut. Wieder abgeschlossen. Bevor wir aufbrechen, können wir ja mal die humane Version versuchen. Hammer ist super. Wir rüsten uns hier jetzt erstmal einen Bünden aus. Ja, nein, das kenne ich auch. Nein, davon ging ich eigentlich auch nie aus. Okay, das war das. Ich hoffe, was habe ich jetzt nicht bei dem Waren gemacht, den wir brauchen. So, den machen wir auch. Gibt ja noch zwei. So, nochmal ein bisschen Spaß. Also uns mit vier zerstochenen Reifen folgen, das wäre schon... Ja. So, und es war halt lautlos. Erstmal ansehen. Ne, Fenster einschlagen nicht, denn lieber hier. Weil Fenster einschlagen ist echt Krach. Das klirrt ganz schön. Echt, wir haben keine andere Möglichkeit. Aber ich glaube, wir haben auch nichts übersehen. Ist hier noch was? Ich... Ich möchte das Fenster echt nur ungern einschlagen. Okay, nichts da. Ja gut, denn... Ladefläche? Ja, ne, das... Wozu? Äh... Moment. Ja, Volltrottel trifft es ziemlich gut. Ah, wir können die Heckscheibe öffnen. Please, come on. Give me something. Gut, die Heckscheibe. Ohne Krach. Perfekt. Nein! Nicht wahr, oder? Oh, ich habe mich gerade gefreut. Wir müssen also tatsächlich diese dusselige Scheibe einschlagen. Ah, das ist wirklich... ...doof. Äh, Fenster. Äh, Fenster. Äh, Fenster. So. Das... Mit dem Fenster, das wurde eben total blöd genommen immer. 1... 2... Ja. Scheiße. War klar, aber... Ah, fuck, 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 fuck. So, äh, jetzt seh zu. Und mach das bitte alleine, denn ich habe keine Ahnung, wie man ein Auto kurz schließt. Sehr schön. Und drive! Fuck this shit, we did it. But it was so close. Let's do this.